Ich bin bis letzten Jahres für ungefähr 25 Jahre netto in der Finanzdienstleistungsbranche tätig, habe bei Banken angefangen und war zum Schluss bei einem Vermögensverwalter. Als 2007 die Finanzkrise losging, habe ich mir gedacht, es wird Zeit sich mal anzuschauen, was genau die Hintergründe sind und habe mich das erste Mal in meinem Leben intensiver mit den volkswirtschaftlichen Hintergründen beschäftigt. Je länger ich mich damit beschäftigt habe, desto mehr bin ich zu dem Eindruck gekommen, dass da gründlich was schief läuft. Neben der extremen Verschuldung, die wir zunehmend sehen, bin ich darauf gestoßen, dass der Zins ein Problem ist. Und als ich mich mehr und mehr mit dieser Grundproblematik beschäftigt habe, bin ich auf das Thema der Komplementärwährungen gestoßen und habe mich immer mehr mit Alternativwährungen beschäftigt und habe dann eigentlich nach einer Möglichkeit gesucht in München, mich da irgendwo zu engagieren oder mitzumachen. Und alles, was ich gesehen habe, fand ich zwar ganz nett und vom Grundgedanken her richtig, aber es hat mir in meiner persönlichen Lage einfach nicht weitergeholfen, weil entweder waren sehr kleine Tauschringe, wo viele Aktivitäten zu Zeiten abliefen, an denen ich schlichtweg nicht teilnehmen konnte. Oder aber es waren irgendwelche Regionalwährungen, die nicht in meiner unmittelbaren Nachbarschaft verbreitet waren. Sprich, wenn ich mir da irgendetwas verdient hätte, dann hätte ich es bei mir um die Ecke nicht ausgeben können. Das heißt, mein sehnlichster Wunsch war eigentlich immer eine Komplementärwährung zu finden, die diese Nachbarschaftshilfe, die man von Tauschringen und anderen Komplementärwährungen kennt, mit dem professionellen Leben verknüpft. Also so, dass ich am Abend noch schnell nach der Arbeit im Bioladen um die Ecke dafür einkaufen könnte. Und das habe ich nie gefunden. Und dann hat irgendwann ein Freund zu mir gesagt, da gibt es jemanden, der eine vollkommen neue Idee hat. Schau dir doch mal diesen Vortrag an. Und dieser Vortrag war damals von der Anna-Lisa Schmalz, der Erfinderin des Konzepts der regionalen Wirtschaftsgemeinschaften und ihrem Mann, dem Tim Reeves. Und das habe ich mir angehört und die waren noch nicht ganz durch mit ihrem Vortrag. Da wusste ich schon, das ist es und da willst du mitmachen. Und so haben wir im Oktober 2010 angefangen, die regionale Wirtschaftsgemeinschaft aufzubauen, als Genossenschaft konzipiert. Haben am 15. Januar 2011 gegründet mit 43 Menschen. Und haben dann die Genossenschaft aufgebaut und das Konzept der regionalen Wirtschaftsgemeinschaften umgesetzt. Waren nach einem Jahr 86, also ziemlich genau doppelt so viele. Und letztes Jahr war ein Jahr, das ein bisschen stagnierte, wir sind aktuell glaube ich 109 Mitglieder. Die gute Nachricht ist allerdings, unser Konzept kommt so gut an, dass bereits ein knappes Jahr danach die zweite REWIG gegründet wurde in Schledorf, das ist am Kochelsee in der Nähe. Und eben letztes Jahr im Juli die REWIG Allgäu, wo ich maßgeblich Geburtshelfer gespielt habe und zwar leidenschaftlich gerne, da ich ursprünglich eigentlich auch Allgäuer bin. Ich lebe zwar seit 20 Jahren in München, aber mein Herz schlägt immer noch im Allgäu und mich zieht es langsam auch zurück in die Heimat. So, jetzt müssen wir mal schauen. der war so lange im Schlafmodus, dass er eventuell ein bisschen braucht. Die Technik. So. So. Also, die Grundüberlegungen waren, was läuft heute schief im System? Und eigentlich sind es drei maßgebliche Entwicklungen, die derzeit in unserem Marktsystem, das wir Kapitalismus nennen oder hier in einer Abart soziale Marktwirtschaft wahrnehmen. Die erste Grundproblematik, die vielen Menschen noch gar nicht bewusst ist, ist die Zinsproblematik, auf die werde ich gleich näher eingehen. Die zweite Problematik ist, dass die Staaten eine Tendenz dazu haben, sich zu verschulden und zwar viel zu stark zu verschulden. Dieses Thema ist inzwischen, glaube ich, hinreichend in der Öffentlichkeit angekommen und gibt inzwischen auch ausreichend Grund zur Besorgnis. Also, ich denke, dass wir da eine Problematik haben, die sich eigentlich nur noch durch eine fundamentale Krise lösen lässt, wenn man sowas dann dann Lösung nennen mag. Die dritte Problematik, die wir haben, ist, dass wir in einer globalisierten Welt leben und diese globalisierte Welt inzwischen wesentlichen Einfluss auf unsere Lebensgrundlagen hat. Das heißt, alles, was wir eigentlich zum Überleben brauchen, hängt heute irgendwie in globalen Kreisläufen zusammen. Insbesondere der Aspekt der Nahrung macht uns da, ich glaube, allen inzwischen relativ viel Sorgen, denn die täglich neu aufkommenden Skandale im Lebensmittelbereich zeigen uns einfach, dass wir da Entwicklungen haben, die fatal sind. Und deshalb gibt es immer mehr Menschen, die eine starke Sehnsucht danach haben, andere Lebensmittel zu beziehen oder die möglichst aus ihrer Region zu beziehen. Und da sind wir bei einem wesentlichen Punkt, die die regionale Wirtschaftsgemeinschaft stemmen will. Das heißt, ich beleuchte vor allem den Aspekt der Zinsproblematik am Anfang, später aber auch den Aspekt der Regionalität in unserer Versorgung. Dieser Vortrag ist fünf geteilt. Im ersten Teil gebe ich einen kurzen Abriss darüber, was derzeit schief läuft. Dann ein Kapitel darüber, was man unseres Erachtens besser machen könnte. Und dann die zwei wesentlichen Aspekte der regionalen Wirtschaftsgemeinschaften. Das ist einmal der Aspekt der Bürgerbeteiligung und der zweite Aspekt der Marktplatz. Also wie handele ich regional, ohne vom Fiat Money, wie es auch genannt wird, wie dem Euro abhängig zu sein. Und da wir als Genossenschaft organisiert sind, dann noch ein ganz kurzer Einblick darüber, warum Genossenschaft und wie ist die Genossenschaft aufgebaut und warum haben wir ausgerechnet diese Gesellschaftsform gewählt. Also was läuft schief? Zunächst mal haben wir eben dieses Geldsystem, so wie wir es alle kennen. Und Geld ist ja etwas furchtbar Nützliches. Geld hat nämlich sehr schöne Funktionen, die uns das Leben leichter machen. Da wäre zunächst einmal die Funktion des Tauschmittels. Der Bauer muss nicht mehr Milch gegen irgendetwas tauschen, sondern er kann seine Milch literweise verkaufen, sammelt das Geld ein und kann von dem Geld etwas anderes kaufen. Das ist wesentlich einfacher, als wenn er sich einen neuen Traktor kaufen will und den mit Milch bezahlen möchte. Das geht im Regelfall nicht, weil der Traktorhersteller die dafür erforderlichen ungefähr 100.000 Liter Milch wohl nicht akzeptieren würde. Mal ganz davon abgesehen, dass es auch ein logistisches Problem wäre. Außerdem, wie lässt sich ein Liter Milch oder viele Liter Milch mit einem Traktor wertmäßig vergleichen? Auch da ist das Geld sehr hilfreich, weil es einfach einen Wertmaßstab darstellt. Und die dritte Funktion, und da kommt das Fatale ins Spiel, das ist die Wertaufbewahrungsfunktion. Denn der Bauer kann keine 100.000 Liter Milch ansparen, die wird ihm nämlich schlecht. Wenn er aber täglich ein bisschen von seiner Milch verkauft und das Geld anspart, das Geld wird nicht schlecht. Und dass das ein Problem ist, werden wir unter Umständen später noch erkennen. Bei der Wertaufbewahrung kommt üblicherweise der Zins ins Spiel. Und der Zins hat eine sehr eigentümliche Funktion. Er vermehrt nämlich das Geld aus sich selbst heraus. Hier mal in einem Beispiel, zugegebenermaßen mit einem Zinssatz, von dem wir heutzutage alle nur noch träumen. Wenn man 100.000 Euro anlegt zu 5%, dann hat man im ersten Jahr 5% Zinsen. Also 5.000 Euro. Nach zwölf Monaten also 105.000 Euro. So weit, so gut. Im folgenden Jahr, wenn man dieses Geld nicht anrührt, legt man die 105.000 Euro wieder an. Das heißt, jetzt werden nicht 100.000 Euro verzinst, sondern 105.000 Euro. Wir haben also plötzlich einen Zinsertrag von 5.250 Euro. Insgesamt sind jetzt 10.000 Euro Zinsen aufgelaufen und im zweiten Jahr das erste Mal der sogenannte Zinseszins. 250 Euro. Hier stehen diese harmlosen kleinen 250 Euro. Die Harmlosigkeit hört auf, wenn man das über längere Zeiträume laufen lässt. Also bereits nach 30 Jahren, also einer Generation, sind die Zinseszinsen größer als die Zinsen. Also wir haben hier einfach 30 Jahre lang 5% aus den ursprünglich 100.000 macht 150.000. Da diese 150.000 aber über die 30 Jahre immer mit verzinst wurden, sind die Zinseszinsen inzwischen bei 182.000 Euro. Was den Sparer freut, macht dem Kreditnehmer zum Beispiel sehr zu schaffen. Richtig dramatisch wird es über längere Zeiträume. Ich habe hier mal nur beispielsweise noch 50 Jahre angegeben. Bereits nach 50 Jahren sind die Zinseszinsen dreimal so hoch als die Zinsen. Wir haben hier das, was die Mathematiker exponentielles Wachstum nennen. Das ist eine Kurve, die sich immer mehr beschleunigt, bis sie zum Schluss aussieht wie eine Senkrechte. Warum ist das ein Problem? Weil derjenige, der diese Zinsen erhält, von wem bekommt er die denn? Der bekommt sie von irgendjemand, der einen Kredit aufgenommen hat und der genau dafür arbeitet. Warum das ein Problem ist, werden wir gleich noch sehen. Hier habe ich diese Kurve, das ist die rote, das ist die exponentielle Wachstumskurve, mal beispielhaft aufgetragen. Im Gegensatz dazu die blaue Kurve lineares Wachstum. Das wäre das, was der Zins alleine macht. Also jedes Jahr 5000 Euro dazu, das gibt so eine Gerade. Die grüne Kurve ist exemplarisch dargestellt für natürliches Wachstum. Also Wachstum, das sich am Anfang stark beschleunigt, dann abflacht und dann sogar in eine Stagnation kennt. Wir kennen das alle. Kinder wachsen am Anfang sehr schnell. Kleine Tiere wachsen am Anfang sehr schnell. Bäume wachsen am Anfang sehr schnell. Aber irgendwann verlangsamt sich dieses Wachstum. Dann kommt eine Stagnationsphase. Manchmal geht diese Phase sogar wieder leicht runter und irgendwann bricht sie ganz ein. Dann ist es der Tod des Systems. Erfolgt beim Menschen zurzeit im Durchschnitt in unseren Kreisen so um die 80. Bei Bäumen können es auch mal 4000 Jahre sein. Aber die Kurve, egal über welche Zeiträume, sieht immer gleich aus. Sie geht am Anfang steil hoch, verflacht sich und stagniert dann. Diese Kurve hier gibt es eigentlich nur in der Theorie. Exponentielles Wachstum kennt die Natur eigentlich nicht. Warum sage ich eigentlich? Weil es ein paar Unterschiede gibt oder Ausnahmen. Exponentielles Wachstum kennen wir in der Natur zum Beispiel bei Algen. Algen wachsen exponentiell bis zu einem Punkt, wo das gesamte Gewässer von diesen Algen besetzt ist. Was passiert dann? Das Gewässer kippt um, die Algen und oder das Gewässer stirbt. Also das exponentielle Wachstum ist zeitlich begrenzt und führt dann zu einem vollkommenen Einbruch. Exponentielles Wachstum kennen wir auch bei Krebszellen. Auch da ist das Ende bekannt. Entweder überlebt der befallene Organismus oder der Krebs. Und in dem Moment, wo der Organismus stirbt, stirbt der Krebs auch. Also auch da ist das exponentielle Wachstum irgendwann beendet. Und dann gibt es noch ein paar Beispiele aus Bakterien und Kulturen zum Beispiel, wo die Kurven aber dann nicht ganz so gerade sind. Was ich damit sagen will, es gibt in der Natur kein unendliches exponentielles Wachstum. Wir benutzen aber ein Wirtschaftssystem, das darauf aufbaut und das ganz normal findet. Wir gehen von ewigen Wachstum aus. Und ewiges Wachstum kann es nicht geben. Und auch in unserer Wirtschaft kennen wir das eigentlich nicht. Weil wenn wir uns die Geschichte anschauen, dann sind alle Währungssysteme eigentlich in einem Zeitraum von durchschnittlich 60, 70 Jahren spätestens zusammengebrochen. Das heißt, das was wir derzeit erleben im Euro plus D-Mark, ich ziehe das mal zusammen, ist eine relativ lange Phase, in der es gut geht. Und die Frage ist halt für mich nicht mehr, ob das auf Dauer gut geht, sondern nur noch wie lange. Nach 25 Jahren im Finanzwesen kann ich nur sagen, alles was ich an Wellen und Konjunkturzyklen und sonst irgendwas wahrgenommen habe in der Wirtschaft, gleicht eigentlich der Natur. Wir haben immer ein Kommen und Gehen, ein Wachsen und Gedeihen und dann wieder zusammenbrechen. Also wir haben immer irgendwelche Zyklen und Wellen. Endlose Trends gibt es nicht, genauso wie es endloses Wachstum nicht gibt. Und ich glaube, wir müssen zu einem System kommen, das dieser Kurve hier wieder Rechnung trägt und von der Roten wegkommt. Und warum ist das jetzt so ein Problem mit dem Zins? Praktisch alles, was wir heutzutage produzieren und konsumieren, wird über Fremdkapital, sprich über Kreditaufnahme produziert. Selbst wenn es so positive Dinge sind wie Solaranlagen oder Windräder, steckt da meistens eine gewisse Kreditfinanzierung mit drin. Und diese Kreditfinanzierung hat eine eigentümliche Funktion. Denn zunächst ist es mal ganz einfach, da gibt es jemand, der will diese Anlage hier bauen und der leiht sich bei der Bank ein Darlehen. Und dann muss er dieses Darlehen halt zurückzahlen. Eine normale Zurückzahlung wäre die Tilgung, aber er muss die Zinsen ja eben mit zurückzahlen. Und je nachdem, wie lange die Finanzierung läuft, desto höher ist der Zinseszinseffekt. Diese Zinsen muss er also auf seinen Produktpreis aufschlagen. Also der, der diese Anlage hier betreibt, will im Regelfall ja einen Gewinn machen. Das heißt, er verkauft den Strom an seine Kunden mit einer Kalkulation, die ihm einen Gewinn ermöglicht, die aber dummerweise die Zinsen auch noch mitverdienen muss. Dadurch wird das Produkt teurer. Der Helmut Kreuz, einer der besten Geldforscher, die wir in Deutschland haben seit langen Jahren, draußen liegt übrigens ein sehr gutes Buch von ihm, hat das mal beispielsweise für einige Produkte und Dienstleistungen ausgerechnet. Ich habe hier mal drei rausgegriffen. Als erstes die Müllabfuhr. Da haben wir einen Zinsanteil von 12 Prozent. Soll heißen, gäbe es keinen Zins und Zinseszins könnte die Müllabfuhr ungefähr 12 Prozent billiger sein. Woran liegt das? Die Kommunen betreiben ziemlich aufwendige Infrastrukturen, um die Müllabfuhr überhaupt gewährleisten zu können. Dazu gehören nicht nur die orangenen Autos, die wir gewohnt sind, die rumfahren, die übrigens oft kreditfinanziert oder geleased sind, sondern dazu gehören eben auch Müllverbrennungsanlagen, die sehr kapitalintensiv sind und meistens auch finanziert sind. Und diese Finanzierungskosten stecken einfach im Preis der Müllabfuhr mit drin. Was hier mit 12 Prozent noch relativ harmlos ausschaut, ist beim Trinkwasser schon relativ dramatisch. Würde kein Mensch vermuten, weil sich die meisten Menschen auch keine Gedanken darüber machen. So wie Schokolade von lila Kühen kommt, kommt Wasser ja schließlich aus dem Wasserhahn. Aber dieses Wasser kommt über eine sehr aufwendige Infrastruktur an unseren Wasserhahn und danach wird es in sehr aufwendigen Anlagen wieder gereinigt und wieder zurückgeführt. Und diese sehr aufwendigen Anlagen sind im Regelfall kreditfinanziert und sind auch im Unterhalt extrem teuer. Deshalb dieser hohe Zinsanteil. Dramatisch wird es im Mietwohnbau. Im Mietwohnbau wird es aus mehreren Gründen dramatisch. Zum ersten, weil der Mietwohnbau steuerlich sehr interessant ist, vollfinanziert zu werden. Sprich, üblicherweise werden Mietshäuser nicht bar bezahlt, sondern eben möglichst sogar zu 100 Prozent finanziert. Zweitens haben wir hier eine sehr, sehr lange Produzentenkette, die alle sehr kapitalintensiv sind. Das geht im Kieswerk los, das irgendwo Steine bricht mit sehr teuren Maschinen und Anlagen. Dann geht es zu einem Baustoffproduzenten, der auf sehr großen und teuren Anlagen die Baustoffe produziert. Egal ob es jetzt Zement ist, Dachziegel oder was immer auch. Immer werden diese großen Mengen an Gestein und deren Produkte daraus mit großen Lastwagen, die sehr teuer und im Regelfall kreditfinanziert sind, bewegt. Sie werden vom Kieswerk zum Baustoffproduzenten bewegt, vom Baustoffproduzenten zum Großhändler, vom Großhändler zum Baufirma. Und dann rückt die Bauformer mit all diesen schönen großen und teuren Maschinen, die uns als kleine Kinder so fasziniert haben, Kräne, Bagger, Lastwagen und was es da alles gibt, an und bauen ein Haus. Und dieses Haus ist zu 100 Prozent finanziert. Und über diese vielstufige, kapitalintensive Kette fallen natürlich ununterbrochen Zinsen an. Und wer zahlt die zum Schluss? Der Mieter. Und das führt zu dieser Aussage, dass die Mieten ungefähr drei Viertel billiger sein könnten, wenn wir keine Zinseszinsen in unserem System hätten. So, eine Problematik. Was können wir jetzt besser machen? Besser machen heißt für mich heute, dass wir so wirtschaften, dass wir es nachhaltig nennen. Die meisten können dieses Wort inzwischen nicht mehr hören. Ursprünglich gut gemeint kommt es aus der Forstwirtschaft. Hat sich übrigens dieses Jahr gerade, weiß ich gar nicht, zum 200, 300. Jahr gejährt. Ist auf jeden Fall gerade ein Jubiläum. Und hieß eigentlich nur, was du aus dem Wald entnimmst, solltest du auch wieder anpflanzen. Es gab dann vor etlichen Jahren den sogenannten Brundtland-Bericht, der diese schöne Definition von Nachhaltigkeit getroffen hat. Ich bevorzuge inzwischen statt nachhaltig den Begriff enkeltauglich. Heißt für mich einfach so, ich arbeite, lebe und wirtschafte so, dass es für meine Enkel noch tauglich ist. Und zwar am besten sieben Generationen nach hinten. Und da beginnt natürlich schon die Schwierigkeit. Können wir heute beurteilen, was in sieben Generationen das Richtige gewesen wäre? Die heutige gültige Definition von Nachhaltigkeit beinhaltet drei Säulen. Die erste ist die, die uns allen vertraut ist und auf die man sich meistens auch konzentriert. Das ist die ökologische. Ökologische Nachhaltigkeit ist inzwischen, glaube ich, vom Verständnis her weit verbreitet. Das zweite ist die soziale Nachhaltigkeit. Da hört es dann schon ein bisschen auf, da machen sich gar nicht mehr so viele Menschen Gedanken darüber. Und die dritte Säule ist, und daran denken die wenigsten, die ökonomische. Denn wenn ich Nachhaltigkeit auf die Wirtschaft anwende, dann muss ich sagen, ich muss nicht nur so wirtschaften, dass es der Natur nicht schadet oder dass es nachfolgenden Generationen nicht schadet oder dass es unseren sozialen Verhältnissen nicht schadet, sondern dieses wirtschaftliche Handeln muss sich auch rentieren, sodass ich es eben auch nachhaltig und dauerhaft betreiben kann, zum Nutzen aller. Deshalb gehören alle drei Säulen rein. Und ich habe schon endlose Diskussionen geführt. Ich habe immer die Position anfangs vertreten, die Ökologie muss vor dem Sozialen kommen und das Soziale vor der Wirtschaft. Inzwischen bin ich davon abgewichen. Ich glaube, das muss Hand in Hand gehen. Die Annalisa Schmalz, die das Ganze erfunden hat, hat aber gesagt, eigentlich sollte man diese Nachhaltigkeitskriterien noch ergänzen. Denn, sie nimmt da immer das schöne Beispiel eines Supermarktes. Wir haben jetzt einen nachhaltigen Supermarkt. Der ist ökologisch korrekt, denn er hat seine eigene Energieerzeugung auf dem Dach, also die viele, viele Energie, die seine Kühlregale und die Beleuchtung und alles braucht erzeugt er selber. Er bezieht die Produkte überwiegend aus der Region. Also er hat schon relativ hohen Bio-Anteil, relativ hohen regionalen Anteil. Er bezahlt seine Mitarbeiter anständig und hat seinen Kunden gegenüber faire Preise. Damit wäre die soziale Nachhaltigkeit sichergestellt. Und er macht damit jedes Jahr einen kleinen Gewinn, sodass es auch für den Eigentümer und Unternehmer einen auskömmlichen Lohn gibt und trotzdem alle zufrieden sind. So gesehen, wer die Nachhaltigkeit über die drei Säulen erledigt. Jetzt ist aber dieser Supermarkt nicht allein auf der Welt. Sondern er steht mitten hier in Ochsenhausen und bezieht eben auch Produkte, die es nicht hier im Schwäbischen gibt. Er ist abhängig von Lieferketten, von teilweise globalen Lieferketten. Wenn eine Unterbrechung der Lieferketten stattfindet, gehen wir heute davon aus, dass Supermärkte innerhalb von drei Tagen leer sind. Denn vielleicht kriegt er noch Nachschub aus der Region. Also so ein bisschen Gemüse und ein paar Milchprodukte und der Bäcker liefert vielleicht auch noch Brot. Aber viele andere Güter, die wir heute gewohnt sind zu kaufen, egal ob es jetzt ein Wein ist, ob es Kosmetikprodukte sind etc., die hängen von Lieferketten ab. Und wenn diese Lieferketten unterbrochen sind, dann ist der Supermarkt in drei Tagen leer. Sprich, wir brauchen in der Nachhaltigkeit noch das Kriterium der Widerstandsfähigkeit. Also wie widerstandsfähig ist ein System gegenüber Krisen? Das zweite ist, wenn Krisen auftreten, wie lernfähig ist das System? Also wie schnell können wir erkennen, was ist das Problem, wo liegt das Problem und wie kann ich das Problem abstellen und wie kann ich das Problem in Zukunft vermeiden? Und unsere Systeme sind heute meistens so komplex, dass es sehr schwer ist, die Auslöser von Problemen überhaupt zu identifizieren, geschweige denn zu erkennen und für die Zukunft abzustellen. Das dritte ist, das hängt eng damit zusammen, das System sollte so transparent wie möglich sein. Das heißt, alle Beteiligten sollten die Abhängigkeiten kennen, um auch zu wissen, woher können Störungen kommen und was kann der einzelne beitragen, um die Störungen zu verringern. Und das System sollte möglichst einfach sein. Davon kann ich ein Liedchen singen. Was wir in den letzten zehn Jahren in der Finanzdienstleistungsbranche an Produkten gesehen haben, die waren alles andere als einfach. Die waren teilweise so kompliziert, dass sie der Berater, der sie an den gut glaubenden Kunden verkauft hat, selber nicht mehr erklären konnte. Das heißt, so ein Formelwust, wie hier an der Tafel steht, hilft mir gar nichts zur Erklärung von Systemen. Und wenn ich regional nachhaltig wirtschaften will, dann sollte es für jeden, der daran beteiligt ist, und das ist für mich jeder Bürger jeglichen Alters, nachvollziehbar sein. Darum denken wir, es ist wichtig, den Nachhaltigkeitsbegriff um diese vier Kriterien zu ergänzen. Das alles bedeutet natürlich, Nachhaltigkeit soll uns zukunftsfähiger machen. Und schon dieser Schnellabriss über diese sieben Kriterien der Nachhaltigkeit zeigt uns, es geht hier nicht einfach nur um eine technische und systemische Veränderung, sondern wir brauchen hier ein vollkommen neues Werteverständnis. Das derzeitige Wirtschaften, das im großen Ganzen eigentlich nur auf Gewinnerzielungsabsicht und auf Gewinnmehrungsabsicht aufgebaut ist, ist dafür garantiert nicht mehr geeignet. Und wie wollen wir das im Konzept der regionalen Wirtschaftsgemeinschaften umsetzen? Der erste Gedanke war, diese komplexe, globale, undurchschaubare Wirtschaft wieder an den Menschen nahe heranzubringen, so dass er die Wechselwirkung zwischen sich und dem, was in der Wirtschaft passiert, erkennen kann. Dazu ist es nötig, dass der Bürger an der Wirtschaft beteiligt ist. Und zwar nicht so, wie heute oft gedacht wird, ja dann kauft er sich halt ein paar Aktien, mal ganz davon abgesehen, dass das für viele Menschen gar nicht möglich ist. Sind wir der Meinung, dass es sehr sinnvoll ist, wenn der Bürger an den Produzenten seiner unmittelbaren Lebensgrundlagen beteiligt wäre. Und da das organisatorisch ein bisschen schwer darstellbar ist, ist es vielleicht sinnvoll, wenn sich viele Bürger zusammentun. Und deshalb haben wir eine Genossenschaft gegründet, die bei uns in München REWIG München heißt. Also viele verschiedene Bürger schließen sich zusammen, bringen auch Geld und Kapital in diese Genossenschaft ein und diese Genossenschaft beteiligt sich dann an lokalen Unternehmen, die möglichst nachhaltig wirtschaften. Das ist die Grundidee. Wir haben das da so gelöst, dass wir zum einen eine Genossenschaft haben, da gibt es, wie der eine oder andere kennt das sicherlich von seiner örtlichen Genossenschaftsbank, Genossenschaftsanteile, die bringen etwas Kapital. Aber den Großteil des Kapitals holen wir rein über die Ausgabe von sogenannten Genussrechten. Das ist eine sehr frei gestaltbare Möglichkeit, Geld am Kapitalmarkt aufzunehmen. Funktioniert so ähnlich wie ein Darlehen. Ich gebe ein Genussrecht aus. Das heißt, ich leihe mir von einem Bürger eine Summe x und sage ihm, du leist mir die für so und so viele Jahre und sie wird so und so verzinst, wenn folgende Faktoren eintreten. Bei Genussrechten wird üblicherweise zum Beispiel eingebaut, dass der Zins nur dann gezahlt wird, wenn in dem Fall die Genossenschaften Gewinn macht. Man kann auch nach anderen Kriterien dran knüpfen. Prinzipiell kann man Genussrechte sehr, sehr variabel ausgestalten. Man kann sie auch so ausgestalten, dass gar kein Zins gezahlt wird. Und dieses Geld, das wir über die Ausgabe von Genussrechten bekommen, das investieren wir in Betriebe. Also zum Beispiel in den örtlichen Biobauer. Diese Betriebe sollen nach unseren Kriterien wirtschaften. Das sind keine Vorschriften, sondern wir gehen mit einem großen Fragenkatalog an die Betriebe hin und bitten sie, diesen Fragenkatalog zu beantworten. Das heißt nicht, dass er vollständig beantworten muss. Es heißt aber, dass er transparent beantworten muss. Das heißt, jeder unserer Genossen weiß, was die Betriebe auf diese Fragen geantwortet haben. Und diese Fragen führen dazu, dass der Betrieb automatisch nachhaltiger wird. Wenn er sich damit beschäftigt, kann er gar nicht mehr anders. Also darin werden diese sieben vorher genannten Kriterien sozusagen abgeklopft. Wie geht er mit der Umwelt um? Wie geht er mit seinen Kunden um? Wie geht er mit seinen Mitarbeitern um? Wie verhält er sich gegenüber der Konkurrenz? Was tut er für das Gemeinwesen? All das wird da abgefragt. Wir greifen aber nicht in die Geschäftsführung ein und wollen es auch gar nicht. Wir investieren nur in Betriebe, die bereits am Markt sind, die erfolgreich sind und die professionell geführt werden. Der Betrieb bekommt von uns das Geld, wird damit unabhängiger von Bankkrediten, muss eben keine Zinsen mehr erwirtschaften. Das ist der entscheidende Punkt. Das könnte langfristig dazu führen, dass seine Produkte billiger werden. Und er berichtet darüber, wie es ihm geht. Und dieses Berichten hat einen ganz, ganz entscheidenden Faktor. Ich habe da ein nettes Beispiel. Einer unserer freundschaftlich verbundenen Unternehmen ist ein Biogärtner in der Nähe von München. Dem hat man einen Hagelsturm sämtliche Gewächshäuser zerstört. Damit war nicht nur die Ernte und damit sein Einkommen weg, sondern auch die Grundlage seines Betriebs. Weil jetzt hat er eigentlich erstmal Geld gebraucht, um die Gewächshäuser wieder aufzubauen. Denn die Versicherungssumme hat nicht ausgereicht, um den Schaden komplett zu decken. Wenn er von der Bank keinen Kredit bekommen hätte, wäre der Betrieb praktisch breiter gewesen. Unsere Mitglieder vor Ort hätten damit eine vertrauenswürdige Quelle von gesunden Lebensmitteln verloren. Wenn unsere Mitglieder aber einen Bezug zu diesem Unternehmen haben, weil sie vielleicht über die Rewig sogar daran beteiligt sind, dann erfahren sie von seiner Notlage. Dann erfahren sie auch, dass er jetzt gezwungen ist, seinen Kredit aufzunehmen, was eigentlich dazu führt, dass er die Produkte teurer machen müsste. Oder aber sein Gewinn, der im landwirtschaftlichen Bereich sowieso schon sehr gering ist, nochmal geschmälert wird. Also was passiert, wenn dieser Zusammenhang da ist? Kunden denken plötzlich darüber nach, kann ich nicht meinem Erzeuger von Lebensmitteln helfen? Und in dem Fall ist es in der Tat so gelaufen. Auch der hat Genussrechte ausgegeben, hat sich das Geld von seinen Kunden geliehen, war damit unabhängiger von Bankkrediten und zahlt keinen Zins, beziehungsweise nicht den Euro, sondern wenn es ihm gut geht, zahlt er die Zinsen in Naturalien, was ihm relativ leicht fällt. Das heißt, Produzenten und Konsumenten rücken enger zusammen und wissen voneinander. Im Gegensatz zum normalen Konsumenten, der in den Supermarkt geht und sich eine Gurke kauft, die heute mal aus Spanien kommt und morgen aus Griechenland und übermorgen aus Holland. Ob da irgendwo in Spanien oder Griechenland aus irgendwelchen Gründen gerade ein Gärtnerpleite geht, das merkt er gar nicht und es interessiert ihn auch nicht. Den einen oder anderen wird es vielleicht interessieren, aber er wird es einfach nicht erfahren, weil es ist vollkommen intransparent. Es gibt da einen Herrn, den Alvin Toffler, der hat da mal den Begriff Prosument geprägt, wenn nämlich dieses einfache Verhältnis, hier Bäcker-Kunde, Produzent zu Kunde geschlossen wird, indem der Kunde wiederum am Bäcker beteiligt ist, dann wird aus dem Produzenten oder aus dem Konsumenten ein Mitinhaber des Produzenten, was er hier Prosument nennt. Und das ist genau unser Ziel. Aus einfachen Kunden, Mitinhaber der Betriebe werden, die ihre Lebensgrundlagen liefern. hat für den Produzenten auch noch die charmante Wirkung, dass dadurch eine wesentlich höhere Kundenbindung stattfindet, die heute meistens über aufwändige Marketingmaßnahmen, Bonuskarten und sonst was für sie